Hallo liebe Chemiefreunde, herzlich willkommen auf dem Online-Kanal mit der Vorlesung zur Einführung in die allgemeine Chemie. Wir haben uns entschieden, eine Online-Vorlesung auf YouTube hochzuladen, wo wir sie mit auf eine spannende Reise durch die Chemie nehmen werden. Wir starten ganz einfach damit, was eigentlich der Begriff Chemie bedeutet. Was ist Chemie? Was steckt hinter diesem Begriff? Wie ist er entstanden? Wie ist es über die Alchemie zur modernen Chemie gekommen? Danach nehmen wir sie mit auf einen Ausflug in die Reise der Atomtheorie. Wir starten bei ganz einfachen Atommodellen und gehen dann weiter bis hin zu heutigen aktuellen universitären Atommodellen, dem Orbitalmodell. Danach wird der Reaktionsbegriff eingeführt. Wir klassifizieren dabei in Elektronenübertragungsreaktionen und Protonübertragungsreaktionen, gehen bei den Protonübertragungsreaktionen auf klassische Säurebase-Theorien ein. Auch wie sich dieser Begriff der Säurebase-Chemie entwickelt hat, stellen einige Reaktionen dazu vor. Ebenfalls werden natürlich die Elektronenübertragung gezeigt anhand anschaulicher Reaktionen, die wir auch als Video in den jeweiligen Vorlesungen implementiert haben. Nach diesen Grundlagen der chemischen Reaktionen geht es dann in energetische und kinetische Aspekte hinein bis hin zur späteren Einführung der Elektrochemie und auch erste Ausflüge in die organische Chemie nehmen wir in dieser Online-Vorlesung vor. Wo ist das vom Niveau angesiedelt? Wir wiederholen zum einen in komprimierter Variante das Schulwissen in dieser Vorlesung, gehen aber in einigen Bereichen auch schon auf das universitäre Niveau ein, sodass Sie quasi einerseits wiederholen können und Einblicke darin nehmen, was Sie erwarten würden, wenn Sie sich dann hoffentlich nach Betrachten dieser Vorlesung für ein Studium im Fach Chemie interessieren. Vielen Dank und haben Sie viel Spaß beim Betrachten der Vorlesung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.